Ach ja, Leute, die sich Leute angucken, die sich Leute angucken, die sich Leute angucken. Ach, so eine Video-Idee. Klängern, das ist ja mal gar nicht so eine schlechte Idee. Servus, Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Freunde, beachtet dieses, warte, dieses schwarze Rand und dieses schwarze Rand da oben einfach gar nicht. Ja, Leute, heute reagiere ich auf Klängern, seine Reagiert auf von Ungespielt, das Reagiert auf. Es gab die Baden-In-Videos, es gab 24, aber wenn der sich Sachen anguckt und kichern kann, dann kann ich das auch. Und wenn du dir Sachen anguckst und du auch noch kichern kannst, dann kann ich das doch auch. Also machen wir das mal. Deshalb werde ich einfach das machen, was er auch immer macht. Und ich mach das, was du machst. Ja, hier, Herace, die Leute, die Videos über andere Leute machen, hübsches Thumbnail auf jeden Fall. In der Sommer-Hit, Alter. Ja, red doch mal Deutsch. Klängern, aufzuschreien. Ich hab ja fünf Stunden andere Videos angeguckt noch. Ich werde dich auch mehr zuschreien. Ich auch. Wow, 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 wow. Leute, das ist ja jetzt gerade dann ein Herace-Ei reagiert auf Klängern-Ei reagiert auf Ungespielt, reagiert auf Ungespielt, reagiert auf einen Fidget-Spinner. Dessen Fidget-Spinner reagiert auf... Oh nein. ...sobens oben und unten nochmal drin haben. Es sind auf jeden Fall noch zu wenig Face-Cams von Simon... Dafür bin ich jetzt auch noch da. ...informationen, Alter, geht... Moment, ich muss... ...der ist das wieder auf... Klängern, aufzuschreien! ...polizei rufen. ...meins, ne. Noch geht's? Alles noch gut? ...wenn ich irgendwo in einem Laden war und der Fidget-Spinner ist... ...nein, nein, der hat nicht immer, wenn er in irgendeinem Laden war, Fidget-Spinner kommt. Wie wär's denn einfach, wenn ich ein Streaming-Projekt mache, wo ich mir einfach Videos von Simon angucke, wie er sich andere Videos anguckt? Ey, das ist gut! Leute, und dann mach ich Videos, wie ich die Videos von Klängern angucke, wo er sich die Videos von Ungarn anschaut. Ich geb 17 Likes dafür. Oder warte, was sagt ihr da? Gebt 17 Daumen hoch, wenn ihr auch findet, dass es eine gute Idee ist und schreibt in den Kommentaren... Gebt 17 Daumen nach oben, wenn ihr findet, dass es auch eine gute Idee ist und dann schreibt es unten in den Kommentaren rein, Leute. Ja, Leute, jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite, Freunde. Irgendwie, Unge, was hast du da angestellt, Alter? Leute, seitdem Unge spielt, seine Livestreams macht, wo er auf Sachen reagiert und dann ein paar Abschnitte aussucht, die er dann hochlädt bei sich auf dem Kanal. Und diese ganzen Videos von Unge ohne Witz, jedes verdammte Video davon war in den Trends, Leute. Und es hat ganz YouTube übernommen, Alter. Jeder zweite 500-Abo-Kanal lädt jetzt irgendwelche Streams von Unge hoch und diese Videos haben wiederum 300.000, 400.000 Klicks, Leute. Und einige haben gesehen, ey, verdammt, Alter, das macht echt gut Klicks. Wie wär's, wenn ich auch regelmäßig sowas mache und ey, jetzt ist meine ganze Startseite voll von... Dieser Typ reagiert auf das hier, der andere Typ reagiert auf das, dann reagiert der eine auf das, dann kommt wieder Unge mal reagiert auf das. Von Unge spielt ist ja komplett was anderes. Aber dass jetzt jeder auf irgendetwas krampfhaft reagieren muss, um irgendwie auch noch irgendwas abzustauben. Oh mein Gott. Das, was Klängern und so jetzt gemacht hat, ist ja Ironie. Und glaub ich zumindest. War das Ironie? Ich meine, die, die jetzt wirklich auch jetzt auf einmal Livestreams machen, wo die stundenlang auf irgendetwas reagieren, genauso wie Unge das halt macht, denk ich mir so... Was ist los mit dir? Oh mein Gott, Leute, was geht da ab, ey? Der liebe Tanzverbot hat auch schon mal dazu was gesagt. Ich glaub, das Video hieß, ähm, Hallo lieber Simon Unge oder Hallo lieber Unge. Irgendwie, sowas müsst ihr euch auch angucken, Leute. Da sagt er das halt auch, ähm, unglaublich sowas. Unglaublich, Leute, und... Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat... Leute, ich trinke meinen Kaffee und zock jetzt eine Runde PUBG, Alter. Wir sehen uns. Äh, da auch rein. Bis zum nächsten Mal.